Dann habt ihr auch die Seh, die könnt ihr unten binden, die Bluse. Das ist das Tolle dabei, die könnt ihr jetzt als Jacke tragen oder auch als Bluse tragen. Die hat hier oberhalb ist die auch nochmal. Das V ist das kleine Startsteinchen, zwei Taschen sind da dran. Hinten ist die Socke gearbeitet, Uni. Zwei Farbensysteme, eine hell und eine dunkel ist die. Eine Farbensysteme, die sind dunkel und die Damen sind dann auch ein bisschen anders. Zwei Farbensysteme, die sind einfach klasse aus und das von 39 Euro, 15 Euro. Diese Bluse gibt es auch nochmal im Weg, die sieht ja auch ganz klasse aus. Und die machen sich auch immer wieder ganz gut, deswegen habe ich hier auch eine tolle Hose dafür, mit Reißverschlüsseln. Sieht ja auch super toll aus. Dann wird nämlich die Hose 15 Euro und das Oberteil auch. Dann hättet ihr für 30 Euro ein super Zweiteiler. Und ihr sagt, okay, für 10 Euro ist auch diese Bluse sehr hübsch. Macht die auch ganz so, hier oben mit der Stickerei. Hier haben wir auch, so dass uns den auflockert, auch diese Hose. Kann man den auch ohne weiteres gebraucht haben. Dann hat er auch wieder 10 Euro dies. 15 Euro die Hose. Ja, für 25 Euro hätte ich ja ein zweites Euro. Also es sind wirklich super Preise, die wir haben, ja richtig Traumpreise. Und wie gesagt, die Sachen sind alle, Naturfaser, sehen alle super toll aus. Auch hier vorne ist es auch nochmal mit Silber gearbeitet, hier unterhalb die Strasssteinchen. Die Qualitäten sind super gut. Und diese Sachen, diese Bluse ist jetzt auch von 39 auf 15 Euro reduziert. Ist Teil sogar mit Satin gestorben. Und Satin ist immer ein sehr hochwertiger Stoff auch. Auch hier ist es richtig schön, ihr hört das, ihr hört jetzt richtig schön rauschend. Und die Bluse kommt vom Stoff her. Die Bluse ist auch jetzt reduziert von 29 auf nur 10 Euro. Hier habt ihr auch nochmal mit dem V in der Farbe Senf haben wir nochmal die Bluse. Die könnt ihr als Bluse oder als Jacke tragen. Ist auch von 39 auf 15 Euro voll. Im Big Size Programm habt ihr eine physisch-sportliche Bluse. Die sieht auch ganz toll aus. Sie macht sich auch ganz gut aus schwarz aus. Und die ist wirklich ein Big Size. Sie kann man gut tragen von L bis XL, XXL. Und die auch von 39 ist jetzt reduziert auf nur 10 Euro. Diese Bluse gibt es auch nochmal in der Farbe Blau. Also wie ihr seht, die ist richtig so XL bis XXL. Könnt ihr die ohne weiter zu tragen. Ja, dann haben wir für euch auch für 15 Euro. Von 29 auf 15 Euro haben wir für euch die Jockhosen. Hier oberhalb mit Taschen. Hier unterhalb nochmal mit der Cargotasche. Und die sind jetzt Einheitsgrößen und die sind jetzt alle reduziert auf nur 15 Euro. Wenn ihr jetzt mal euch die seht, sieht man auch, was in der Hose ein Muster drin ist. Wißt du es? Nein, ich weiß, jetzt komme ich nicht so nah, sonst. Ja, so ein bisschen. Ja? Ja, jetzt sehen wir es. 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 Jetzt sehen wir diese super Bluse, die ist so zweifarbe. So ganz minimal ist die Farbe da drin. Nein, 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 nein. Dann habt ihr noch gleich diese Hose mit Straß. Mädchen mit Straß und Pailletten an der Seite. Die sind also 9,20 auf nur 15 Euro. Das sind alles Einheitsgrößen, die auf verschieden groß ausfallen, z.B. das ist ja auch eine Fixheitsgröße, die fällt auch sehr groß aus. Eine Farbe Blau, ist auch von 9,20 auf 15 Euro oder auch ein Braun haben wir noch mal eine. Die hat hier vorne, wie ihr seht, die zwei Reißverschlüsse laufen. Raffiniert. Die sind nach unten am Laufen, die sind vorne hinter die Taschen, hinterhalb sind auch nochere Taschen und die Hose, das gibt es auch auf 15 Euro. Diese Hose gibt es auch noch mal, das ist so ein bisschen ganz feiner Kort ist das, zusammen Kort. Vielmehr, nee, sorry, Bildleder. Bildleder, ne? Bildlederoptik, ja. Bildlederoptik, die ist auch von 29 auf 15 Euro. Das ist aber so, dass man das jetzt schon tragen kann, ist nicht so dick gearbeitet. Dann habt ihr auch eine Mischofhose, die hat 15 Euro, sieht ja auch super toll aus. Oder auch ein Farbe Blau, sieht auch immer klasse aus, da haben wir auch immer so tolle Sachen drauf, passen auch rosa Sachen, passen nicht schön drauf. Hier geht es gerade, hier die Bluse, macht sich nicht auch ganz gut. Ja, also für 15 Euro habt ihr diese tolle, na, diese tolle Hose von vorne noch mal gespielt, damit die Reißverschlüssen. Da geht es ja auch super gut. Also macht die Schienen auch super gut. Vielen Dank.